Ja, und damit auch auf YouTube willkommen zurück hier bei Resident Evil Nummer 4. In der letzten Folge, beziehungsweise im letzten Stream, sind wir hier angekommen und hier geht irgendwas Merkwürdiges ab. Ähm, wir haben ziemlich viele Kräuter, das ist gut, würde ich sagen. Und, äh, ja, hier geht irgendwas ab. Eine Wärmequelle, interessant. I'm going to die too, oh no. I'm so sad. Moment, können wir das aufmachen? Uh, wie cool. Das wusste ich nicht. Ja, das Ding bewegt sich immer noch, seit gestern, seit dem letzten Stream. Och man, ich weiß nicht, wo das Viech ist. Ich hab das Gefühl, die Dinger sind unsichtbar. Dabei sind sie's wahrscheinlich nicht. Lecker. You seems like you care about me a lot. Yesterday I read your, uh, I read your book, so I think that's enough caring. Ah, ich sag's euch, halbes Buch gestern auf Twitter bekommen. Oh, hi. War aber tatsächlich gar nicht so spannend. Also ich hab's mir spannender vorgestellt. Ist nur gemein, das hier im Stream anzuteasern und dann uns nicht reinzuschreiben, dachte ich mir. Deswegen, hm. Frage ich nicht so viel dazu. Oh, oh. Mist, der hat halt noch einen auf dem Rücken. Das ist ungünstig. Nein, bitte fass mich nicht an. Kannst du dich bitte umdrehen? Was mach ich denn jetzt? Ich muss ihn irgendwie loswerden. Oh. Dem wachsen auch schon solche Tentakel aus dem Kopf. Hm. Ich kann hier rumlaufen, oder? Wie werde ich den denn jetzt los? Lol. Ja, komm mal ruhig hierher. Mann, er hat sich umgedreht und ich hab's nicht gesehen. Okay. Okay. What do you think of my friend now about that thing you read about him? Oh. I just don't know what to say about that. So. Bringt das was? Können wir darauf schießen? Okay. Es bewegt sich nicht mehr. Das ist merkwürdig. Ähm. I think I had thunder like 200 miles away. Oh. I would like to have it here. Mann, was ist denn das? Wo sind wir hier? It's a little crazy, right? Yes, it is. But. I don't know. No, because there's no rain. Yeah, but there's no rain. In your place and not at my place. It's more your problem than mine. Oh, was war das denn? Ich hab auch heute irgendwie so ein bisschen den Wetterbericht verfolgt. Und bei mir stand auch irgendwie, dass es heute bei mir regnen soll. Und dann wurde die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, einfach immer niedriger. Das fand ich irgendwie relativ lustig. So, jetzt macht's Sinn. So. Die haben wieder ziemlich viel Munition hierfür. I want the rain though. I think you have enough rain in the UK. So, I think. A break would be good. For you. With some nice heat and stuff. Das ist doch immer schön. Hm. Wieso hab ich mit sowas gerechnet? Okay, wir sind immerhin schon mal welche los. Ich glaub, das ist ganz gut. Tschüss. Oh Gott. Bin ich denn hier? Hallo? Hallo? Ich renne jetzt einfach mal im Kreis, würde ich sagen. Falls das überhaupt geht. Hallo? Na, klasse. Au. Ähm. Das ist nicht so günstig. Ich muss hier einmal durch. Hallo? Ähm. Wo ist denn dieser Typ, der die ganze Zeit rumschießt? Hm. Oh, oh. Ah, da ist er. Moment. Der kommt jetzt hier her. Einen Schuss haben wir noch. Äh. Ja, was machen wir jetzt? Jute Frage. Ja. Okay, er ist tot. Glück gehabt. Why am I getting French news on my YouTube? I know why. It's because for some fucking reason my location is head to France. I think you changed your location to France because you love France. France so much. Wieso geht die Munition weg? Wieso die spawnt sie bitte? Wieso? Ja. Oh, ein rotes Kräuterle. Das finde ich gut. Puh, okay. Oh, that person on Twitch just said that he loves Franz and that he want to move there, so... Yeah. An alle auf YouTube, ihr wisst Bescheid, der junge Mann mag Frankreich, ja. Hier ist ein Schlüsselkartenleser, alles wäre grün, okay. Äh, ähm... Das ist halt das Gute, wenn man auf Twitch streamt und den Chat dann einfach nicht einblendet. Dann kann man einfach vorlesen, was man möchte. Oh, man. Jetzt gerade hat er geschrieben, dass er Frankreich liebt. Ja, das können wir alle natürlich nachvollziehen. Die haben gutes Gebäck da, also... Alles gut. Mann, wieso liegt hier denn so viel Zeug rum? Achso, ja, ich weiß warum. I know what you're saying. I'm not dumb. I'm not sure about that. Maybe you have to tell me more about it? Ooh. Was ist das? Oh, oh. Oh, oh. Wo sind die denn alle? Ich höre die hier einfach nur wie so ein nasser Sack runterplumpsen. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Ich weiß noch nicht, ob das so schlau war. Ich sag's, wie es ist. Mann, hören sie auf. Stirb. Ähm. Ich hab da gerade was gehört, was ich, glaube ich, nicht hören wollte. So, wir machen einmal so und einmal so und dann einmal so. Dann einmal so und einmal so. Oh, da muss ich einmal ganz, ganz kurz was aus dem Chat löschen. So, wir löschen einmal das und wir löschen einmal das. So, there's nothing to read right now. Oh, man. I'm so glad that the moderation buttons are back. It was pretty sad when they were gone. Awa. Wo bin ich denn hier gelandet? Der Typ da hinten schießt ja immer noch mit dem Zeug rum. Was ist denn mit ihm? Ich leibe Deutschland. Yeah, love that. Leibe. Ich kann nicht, aber ich lieb's irgendwie. Es ist irgendwie lustig. Was ist denn mit ihm? Wie er hier einfach so einsam steht und nichts tut. Ich glaube, wir sollten uns hier gerade ein bisschen durchschießen. Yes, Liebe ist richtig. That's right. Okay. Mann, wieso verwandeln die sich hier alle? Ich kann nicht. Ich glaube aber, das ist der letzte, oder? Ich hoffe, dass hier jetzt keiner von hinten kommt. Okay, ich hoffe, das war's hier jetzt. Oh, ich muss die ganze Zeit überlegen, wie's hier jetzt noch weiter geht. Ich glaube, hier müssen wir das... Oder? Nein, das war hier nicht. Das war da hinten irgendwo. Oder war's hier oben? Ich glaube, das war hier oben. Hier? Nee. Hier vielleicht? Ja. Hm. Ob das so gut ist? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Wo bin ich denn hier? Anscheinend nicht irgendwo, wo ich hin wollte. Ist hier auch so ein Knopf? Nein, der war unten. Ja, doch drücken. Wieso nein? Er geht dann automatisch auf nein. So. Das nervt irgendwie ein bisschen. Franz is burning, yay. That's not so nice. I think you should appreciate France a little bit more. Immer dieser Franzosen-Hass. Das unterstütze ich tatsächlich nicht. Davon möchte ich mich ganz klar distanzieren. So ist es nämlich. What do they do? They have some nice... Cookies and stuff. Ach komm. Was mache ich denn jetzt? Boah. Ja, natürlich verwandelt er sich auch noch. All they do is have good food and a cool tower. Yes, but good food is an argument. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Leon, now! Ach, Ada is einfach viel zu lustig. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Move! Let's go! Hm. Das war ja mal interessant. Apart from food and drink, what do they do? Um. They have a beautiful landscape. So, was geht jetzt hier noch ab? Das Problem ist, ich weiß halt nie, wann es das letzte Mal ist, dass wir hier irgendwas machen können, ne? Das ist irgendwie ein bisschen ungünstig. Ist der Broken Butterfly, ähm, der Revolver müsste, oder? Ich denke, dann bleibt uns nichts anderes übrig, außer den zu kaufen oder die Munition zu verkaufen. Wir haben halt zu viel davon, ne? Hm, Magnum-Munition. 21.500 gibt er uns für alles. Wir können aber keine Munition kaufen, oder? Nein. Hm, ich überlege gerade, was ist mehr wert, tatsächlich? Was können wir noch so tunen? Schrotgewehr. 120.000 können wir uns nicht leisten, dazu sind wir zu arm. 24.000 für Feuerkraft, das können wir machen. 30.000 können wir auch noch machen, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. 38.000, das müsste gerade noch so gehen, oder? Ja, 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 ja. Können wir das überhaupt noch in unser Dings reinpacken? Haben wir überhaupt noch Platz dafür? Ich weiß es nicht. Hm. Hm. Das ist gleich weg, das ist nur ein Schuss. Das können wir hier hinpacken, das können wir hier hinpacken, und das hier hin. Und dann haben wir hier Platz für einen Revolver, glaube ich zumindest. Also ich hoffe es. Ähm. Ich würde sagen, wir machen es einfach. What's your opinion of climate change? What are you buying? I think it's not good that we have a climate change, so... Yeah. Guns are not just about shooting. It's about reloading. Äh, quatsch mich ruhig voll, gar kein Problem. Oh my god, it's raining. I'm not sure about that, but... If someone from the UK is telling me that it's raining, I'm not surprised about that. So gemein, einfach. Aber auch irgendwie ein bisschen lustig. Okay, ich würde sagen, wir lassen das erstmal so und gucken, was dabei rauskommt. Ich habe das Ding noch nie benutzt. Deswegen werden wir sehen, was dabei rauskommt. Und ich wünschen uns... Oh yeah!